Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Sense the Survivor wieder hier und leider gibt es heute keine persönliche, also mit Facecam persönliche Ansage zu dem Video. Es liegt daran, dass meine neue Hardware gekommen ist, ich bin ein bisschen am Umbauen noch und ja, ich wünsche euch trotzdem viel Spaß mit dem Video. Es ist ein Pre-Vibe-Event gewesen, wo die Bosse allesamt auf Reserve sich ein Ringelbeats gegeben haben und ja, ich wünsche euch viel Spaß, lasst mich gerne ab oder liked da, wenn ihr mögt. Wir sehen uns, bis dahin, euer Sense the Survivor. Tschüssi. Sag ich mal, wir sind vor dem Bunker. Ach ja, ich weiß, wo wir sind. Ist das unter uns im Bunker? Keine Ahnung. Links, links, links. Links hat Hit. Links ist tot. Ist down. Zwei tot oder war einer tot? Einer. Hast du zwei gesehen? Nee, ich hab nur den da hinten geholt. Checken mal. Ich gucken, ja, ich gucken kurz an. Dein Kill. Sack hast du mir auch noch den Kill geklaut. Ich hab ja voll drauf gehalten. Den hab ich in die Fresse geschossen. Ah ja, tot ist tot. Ich stack mal ein Magazin nach. Ja. Willst du seine Trupper mitnehmen? Hm, ich mitnehme. Okay. Dient dich. Oh. Hinter mir. Ich schmeiß eine Granate. Achtung. Ich schmeiß auch. Vorne Richtung Turm. Ja. Ich zirkel rechts lang. Okay, ich bleib mal links. Ist minus, ist minus. Okay, okay, sehr gut, sehr gut. Oh, schönes Ding. Alter. Ich muss aber jetzt mich ein bisschen verarzen. Ja, ich auch. Arm ist weg. Und vor allem mein Munitionsnack. Was ist denn? Er legt sich heute so schlecht hin. Hey, das fängt doch schon mal gut an. Ja, kann man nichts sagen. Ja. Ich will schon mal angucken. Ja. Okay. Er hat, äh, brauchst du noch Pankiller? Hat er welchen? Na ja, normale halt. Aber hat man ein Orbital? Ach so. Nö, kannst du behalten. Ich hab noch meine Viererpackung. Ich muss aber echt noch mal nachstecken nebenbei. Mhm. Ich wollte mich ja noch mal verarzten. Stunner, grüß dich. Knolle, hallo. Herzlich willkommen. Wir haben uns ja vorhin schon mal gesehen. Oder gelesen. beim Herr Mayer. Ja. 60er Max nachladen, du weißt was das heißt. Schönen guten Abend. Hi Hexer, grüß dich. Seid ihr schon in der Runde? Ja. Ein gerade drin. Reserve. Ja. Darauf kann sie sich heute einstellen. Reserve-Rands. Und Labs. Mist. Au. Ippen weg. Ach, scheiße. Der hätte nicht bleiben dürfen. Fuck off. Mist. So. Bist du totbesorgt tot? Ne, ich hab ihn ungenleadert. Das war ein Scaf, oder? Ne, ein Spieler sogar. Ja. Ander Spieler. Leckiger sonst. Haben wir von der Ecke, wo wir ankamen? Ja. Naja, oder er ist hier durch den... Es kann auch sein, dass er zwischen den zwei Punkern durchgeschlichen ist. Alter, ach so, weil ich es wieder in der Hand halte, kann ich es nicht abbauen. Ach, komm. Ein Hauswager längst von dir. Level 50er war es. Hat gut geschossen, also. Ja. 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 Ich muss erst mal nachzudecken wieder. Ein bisschen krank. Ja, such dir vielleicht einen Platz, wo es ein bisschen sicherer ist. Ganz eben. Ja. Ja. Das ist immer ein bisschen schwerer. aber gut drei leute weggeholt haben wir bis jetzt das ja so Ist das dein Garten oder? Nee, das war ein Biergarten. Wo? Wo ist das? Alter! Ist doch richtig gehört. Kann ich nicht mal... Ist schon wieder der nächste Tod, alter. Nimm dich mal ja. Das war ein 40er. Klapper. Danke für die Bodyarmor. Ja, dann wollen wir. Hier ist eine Rache, ich mache es da aus. Hier runter. Hier runter. Hä? Das ist ein Rache, ich mache es da aus. Das ist ein Rache, ich mache es da aus. Oh, andere. Nicht erschrocken. Ähm... Das war's. das war killer scheiße ich habe die quest nicht angenommen vom brabohr mist bs munition ist jetzt auch nicht so schlecht kann man mitnehmen ja 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 Das war's für heute. Ui hier geht's ab. Sein Amor war noch mehr runtergeschossen als meiner. Junge, 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 da kriegst du's ja immer noch Angst zu tun. Na? Ey, was hab ich denn hier? Ich glaub, jetzt muss ich mich auch erstmal rüberbegeben. Irgendwie... Wo ist denn hier das scheiß Loch im Zaun? Ach, da vorne ist das... War das eigentlich ein Spieler oder ein Skeff? Das ist gut. Ja? 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 Das ist bestimmt Sior Manhole. Nö, es ist noch weiß, die haben mich gemeint. Das ist hier irgend so ein Guard oder sowas, ich kann ihn ja nicht melden hier. Wahrscheinlich von Sanitar irgend so ein Guard. Ja, aber gut, drei Spieler, drei Scavs. Mein schöner Loot, meine Granaten. Ich konnte sie schmeißen wie Bonbons. Aber 10.000 XB, das ist nicht schlecht. Dafür lasse ich mir gerne in die Fresse schießen. Bis zum nächsten Mal.